Hallo zusammen, ich heisse Samuel. Ich arbeite beim Bucherer Luzern als Logistiker im zweiten Lehrjahr. Ich zeige euch heute etwas von meinem Beruf. Für mich ist das Interessanteste am Arbeiten in Bucherer die verschiedenen Abteilungen. Jede Abteilung ist anders und das bietet einem viel Abwechslung im Arbeiten. Wir im Bucherer haben das grösste alles mit den Uhren zu tun. Unsere Hauptaufgaben sind die Annahme der Uhr, Kontrollen, zu schauen, ob es die richtige Lieferung ist, ob es die richtige Qualität hat. Verarbeitung, um die Uhr bereit zu machen für die Lagerung und das spätere Versand. Nach der Lagerung und dann später Versand an die verschiedenen Geschäfte. Das Spezielle am Bucherer als Logistikbetrieb ist, dass es viele Schnittstellen hat. Das heisst, wir haben viel mit anderen Abteilungen zu tun. Viele davon sind zwar auch Logistik, aber auch viele sind nicht. Das heisst, dass wir viel mit anderen Leuten reagieren können und viel Abwechslung haben. Ich hoffe, ihr habt uns heute etwas über Logistik lernen können. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch bei Bucherer als Logistiker bewerben würdet. Bis zum nächsten Mal.